Am 18. September 2016 und damit in fast genau einem Monat wird in Berlin das Abgeordnetenhaus neu gewählt und in diesem Video soll einmal ein Blick auf die zurzeit neuesten Umfrageergebnisse geworfen werden. Stichtag für das neueste Umfrageergebnis war der 14. August 2016 und wie wir sehen, ist die bis dahin aktuellste Fassung von Umfrageergebnissen jene vom Meinungsforschungsinstitut INSA vom 11. August 2016 und hier sehen wir jetzt folgendes Ergebnis, die SPD käme zurzeit auf circa 23 Prozentpunkte. Das bedeutet zum einen einen Rückgang um etwas mehr als 5 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahr 2011, das kann man hier auch auf der Folie sehen, zum anderen würde das bedeuten, dass die SPD damit nahe dran an ihr schlechtestes Ergebnis in Berlin kommen würde. Das stammt aus dem Jahre 1999 und betrug damals 22,4 Prozentpunkte. Dahinter auf Rang 2 kämen die Grünen, die sich nochmal ein bisschen steigern würden im Vergleich zu 2011 und jetzt auf 19 Prozentpunkte kämen. Die CDU würde genauso wie die SPD um etwas mehr als 5 Prozentpunkte zurückfallen und das ist bei der CDU dann gleichbedeutend mit dem schwächsten Ergebnis in Berlin überhaupt. 2006 war es bis dato das schwächste und das waren damals 21,3 Prozentpunkte. Die Linke würde sich wieder etwas steigern und auf 15 Prozentpunkte kommen, die AfD käme aus dem Stand auf 14 Prozentpunkte und die FDP ist momentan genau bei 5 Prozentpunkten und würde so wieder in das Abgeordnetenhaus einziehen, nachdem man 2011 gerade einmal 1,8 Prozentpunkte erzielt hatte. Raus aus dem Abgeordnetenhaus wären fortan dann die Piraten. Von 8,9 Prozent 2011 wären es momentan nur noch 3 Prozent, die sie erhalten würden. Damit also sehen wir doch ein relativ enges Rennen zwischen mehreren Parteien. Der Abstand zwischen der SPD und der AfD auf Rang 5 beträgt gerade einmal 9 Prozentpunkte. Das ist also ein sehr enges Rennen und hier ist durchaus noch einiges offen. Schauen wir, bevor wir auf die Koalitionsmöglichkeiten blicken, kurz auf die Regierung für all diejenigen, die das auch gerade nicht auf dem Schirm haben. Also ein kleines Update. Es regiert zurzeit seit 2011 die SPD zusammen mit der CDU. Das heißt, wir haben in Berlin eine große Koalition. Diese große Koalition wurde 2011 noch unter Klaus Wovereit gebildet und im Laufe der Legislaturperiode ist ja dann Klaus Wovereit zurückgetreten und so ist seit dem 11. Dezember 2014 Michael Müller von der SPD dessen Nachfolger. Klaus Wovereit und die SPD haben schon seit langem jetzt in Berlin regiert und zwar seit dem 16. Juni 2001. Die SPD hatte im Laufe ihrer Ministerpräsidentschaft mehrere Koalitionspartner. Zunächst 2001 bis 2002 die Grünen, dann von 2002 bis 2006 die PDS, von 2006 bis 2011 die Nachfolgepartei der PDS, nämlich die Linke und jetzt eben seit 2011 war man mit der CDU im Bündnis. Jetzt ist natürlich die Frage, könnte dieses Bündnis weiter fortgesetzt werden? Welche Koalitionen sind möglich? Und gehen wir zunächst einmal davon aus, dass die FDP es in dieses Abgeordnetenhaus schaffen würde. Dann gäbe es jetzt einige Möglichkeiten und die sehen wir hier eingeblendet. Kurz nur eine Sache zur Erklärung. Es ist nicht nötig 50% der Stimmen zu haben, um die Mehrheit der Sitze zu erringen, denn wir müssen ja immer daran denken, dass zum Beispiel die Piraten und auch sonstige Parteien einige Prozentpunkte einnehmen, insgesamt nämlich 6 Prozentpunkte und diese Parteien es ja gar nicht in das Abgeordnetenhaus schaffen, deswegen muss man deren Stimmen abziehen, um hier ein Ergebnis zu bekommen, das also nur die Parteien berücksichtigt, die es auch schaffen würden. Das sozusagen als kleiner mathematischer Exkurs und jetzt schauen wir mal, was denn überhaupt möglich ist. Es gibt zunächst einmal die Möglichkeit, dass zwei Parteien ein Bündnis eingehen und wie wir sehen, würde keine Möglichkeit zu einer Mehrheit führen. Die Linke zusammen mit der SPD käme nur auf 38%, SPD und Grüne kämen auf 42%, die Große Koalition, die momentan regiert, käme auf 41% und damit sogar auf einen Prozentpunkt weniger als ein rot-grünes Bündnis und Schwarz-Gelb ist mit 23% das Schwächste dieser ausgewählten Zweierbündnisse hier. Das heißt, wenn überhaupt was geht, dann über ein Dreierbündnis und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, die erfolgreich verlaufen würden. Und zwar wäre das einerseits ein rot-rot-grünes Bündnis, das mit 57% der Stimmen eine dann doch deutliche Mehrheit hätte und die Alternative dazu wäre die Große Koalition und der Hinzunahme der Grünen, wie wir es also auch schon in Sachsen-Anhalt haben. Diese Koalition käme auf 60% der Stimmen und das wäre diejenige Koalition, die die größte Mehrheit hätte. Ansonsten sind andere Dreierbündnisse auch nicht möglich, also keine Ampel wie in Rheinland-Pfalz, da fehlen dann insgesamt 2% Punkte, um die Hälfte zu überspringen und auch ein Bündnis aus CDU, FDP und Grünen, was ja schon sehr exotisch klingt, käme aber insgesamt auch nur auf 42% Punkte. Also ist auch nichts, was zumindest theoretisch möglich wäre. Das heißt, wenn überhaupt irgendetwas geht, dann geht da nur ein Dreierbündnis. Das ist zumindest momentan der Stand der Dinge. Für die SPD wäre das noch verkraftbar in dem Fall, weil sie in beiden Bündnissen beteiligt wäre und momentan die stärkste Partei ist und somit also Michael Müller seinen Rang behalten könnte als Regierungschef. Aber natürlich sind Dreierbündnisse immer schwieriger als Zweierbündnisse. Und natürlich muss man aber zugleich auch sagen, ist der Vorsprung von der SPD auf die Grünen und selbst auch zur CDU noch nicht so komfortabel, dass man sicher davon ausgehen kann, dass die SPD es schon geschafft hat. Was wäre zum Beispiel, wenn jetzt die Grünen noch vorbeizügen an der SPD? Dann wäre die SPD auf einmal in einer nicht so tollen Situation, zumindest was das Stellen des Regierungschefs betreffe. Denn wie wir auch sehen, in beiden Dreierbündnissen sind die Grünen enthalten und dann als stärkste Partei würden sie ja den Regierungschef bestimmen. Also wir sehen, in Berlin ist alles sehr, sehr eng und selbst Neuwahlen, wenn man das mal so liest, scheinen nicht das Unwahrscheinlichste zu sein. Aber wahrscheinlich ist es doch erstmal so, dass man sich auf ein Dreierbündnis verständigen möchte. Natürlich kann man sich jetzt aber auch fragen, was ist eigentlich, wenn die FDP nicht in das Abgeordnetenhaus einzöge mit 5% ist das ja so eine Sache, die sowohl positiv für die FDP als auch negativ für die FDP verlaufen könnte. Und spielen wir das auch mal gerade durch, dann würden natürlich einige Koalitionsmöglichkeiten von vornherein nicht mehr möglich sein. Und demzufolge müssten wir 89% anstatt 94% betrachten. Und trotzdem wäre die Situation immer noch die gleiche, nämlich genau identisch. Zweierbündnisse sind nicht möglich und die einzigen Dreierbündnisse, die gehen würden, wären also die gleichen wie eben entweder Rot-Rot-Grün oder SPD plus Grüne plus CDU. Und somit sind das momentan scheinbar die einzigen beiden Möglichkeiten, die existieren. Das heißt, in Berlin ist es auf jeden Fall spannend und es ist ja noch ein Monat hin, da kann sich noch ein bisschen was bewegen. Insofern ist das momentan ein Stand der Dinge, der noch auf jeden Fall stärker variieren könnte. Generell muss man ja sagen, muss man Umfragen ja immer mit einer gewissen Vorsicht genießen. Die Abweichung kann manchmal schon etwas größer sein, aber momentan sieht es also so aus. Dreierbündnisse sind die einzige Lösung, um regieren zu können in Berlin. Das soll es zu Berlin gewesen sein. Es gibt ja auch noch eine Wahl zwei Wochen vorher in Mecklenburg-Vorpommern. Auch dazu gibt es mal ein Video mit den neuesten Umfragewerten. Wer sich das ansehen möchte, der kann ja mal in die Beschreibung schauen. Dort gibt es einen Link zu diesem Video. Und diejenigen von euch, die sich mal gefragt haben, wie macht man eigentlich solche PowerPoint-Präsentationen mit solchen Sitzverteilungen und wie kann man die anpassen, wenn Parteien rausfliegen, wie hier die FDP. Für diejenigen gibt es ein kleines Tutorial, das ich auch mal als Video angefertigt habe. Den Link dazu findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung.